Nach einer zweibnütigen Verschnauz-Pause zeig Grüß zu Shorts of War. Neue Runde, neues Glück, diesmal mit Warhead, dem Weihnachtsmann. Was schauen, wie erfolgreich für diesmal sein werden? Ich guck schon in den Gegnern, es ist hier ein Blitz. Nein danke, Vulcan, nein danke, Fox, nein danke. Da krieg ich schon wieder Lust auf mehr. Ich guck bei uns rein, Bulwak, yeah, Malkyra, yeah, Vulcan, yeah, Warhead. Hier, ja, so freut man sich auf sein Team. Und wenn ich mit den Namen so angucke, kommt mir der eine oder andere bekannt vor, ja, aber das war es dann auch. Aber scheiß drauf, ich bin jetzt noch ein etwas schadenstypiger Typ, ne, schadenstypiger Typ und hoffe, dass ich jetzt noch ein bisschen mehr Erfolg haben werde. Und, ähm, gut, meins. Ich habe eine Mission, Gesichtspunkte, würde ich gerade sagen. Ähm, die Sichtspunkte zu erobern. Tschö, Leute. Ja, ja, mach doch, mach doch, mach doch, mach doch. Geht das nicht noch um, hier oben. Tschö. Ich brauche die Mission. Und, was muss ich noch machen? Fünf irgendwas. Na ja, fünf Spiele spielen, aber... Ja, guck mal, manchmal kommt mir echt keine Gedanken, die werde ich heute bestimmt nicht mehr machen, hier. Ah, du kleiner Hund, du. Du kleiner Hund, du. Ah, komm noch. Ah, wieso porten die sich immer weg, Mann? Wir wissen ganz genau, dass ich da irgendwas hinwerfe und dann porten die sich immer weg, hier. Mann, Mann, Mann. Pissig, Junge. Keine Chance, was. Keine Chance, Junge. Bam, Junge. Bam, bam. So läuft das. So nicht anders. Ich geh jetzt pushen. Wo? Oben. Warum? Ich hab keine Ahnung. Wir sind die Drohnen kürzer, äh näher. Oh, der Ruhige hilft mir. Oh, ist aber fein von dir. Ist aber nicht nötig. Das ist die Kiste gar nicht nötig, weißt du. Wenn das so gut läuft, kann ich eine Drohnen auch noch gleich holen, ne? Aber direkt Druck. Boom, boom, boom. Und dann läuft der Ding hier. Nein. Hat er mich jetzt gesehen? Weiß es nicht. Abwarten. Vorbeikommen. Kommt er vorbei? Ist er mies? Doch. Er war mies, er war richtig mies. Ah, der ist noch mieser. Der war noch mieser. Ich hätt ihn gepackt. Eins gegen eins hatte er keine Chance. Er hatte null Chance. Ich wusste, dass er kommt, deswegen bin ich nicht zur Drohne gelaufen. So, war er schon vorbei. Ja. Der Ressene Hunde. Jetzt darf ich nach oben laufen und da oben verteidigen gehen, ey. Ah. Ehrlich. Der Wohl ist wieder runtergelaufen, so ein Idiot. Ist er jetzt auf die Drohne alleine? Oh ja, der lässt die Drohne alleine. Das ist für ein Forstner. Der Lichtspunkt muss ich haben. Erst. Okay. Schattel kommt jetzt direkt hoch. Beim, Junge. Druck, 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 Druck. Junge, Junge, Junge. Na, aber ja, klar. Ich bin ein bisschen verarscht. Ein bisschen. Wirklich nur ein kleines bisschen. Ich weiß nicht, wo war das nochmal? World of Tanks, genau. Da habe ich mich ein kleines bisschen verarscht gefühlt. Das ist mein fucking Team. Was machen die? Unglaublich. 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 Und die laufen die ganze Zeit in der Mitte rum, ne? Das kriegt mir nichts anderes. So, haltet Abstand von meinem Tower, Kinders. Das ist meiner. Das ist auch schon von euch. Ich finde die von mir. Scheiß Ding, da haben die jetzt so oberen. Leute. Tower grün ich mich jetzt auf jeden Fall. So. Wie wird dieser unten? Okay, hat der. Superheld. Damn jungen. Idiot Leute jetzt kommt jetzt schaltet die ganze Zeit schon in der Mitte, jetzt kämpft doch in der Mitte. Junge. Junge ich hab dir die Vorlage gegeben. Du hast mir einen gegeben, das ist Teamwork Junge, das ist Teamwork. Den Punkt hole ich mir hier. Du 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 du. Warte, 2-11, Versprung. Was wollen die mit den Sichtpunkten, die sehen wir eh nichts. Oh, jetzt die gar nicht gehabt, oder? Ah, das ist ja schon rausgelaufen. Drohne. Langsamt. Ganz knapp überlebt, Junge, ganz knapp. Oh, Junge, Junge. Wetter gestorben. Oh, tut mir schon fast leid. Das ist ein Minipack holen. Mit dem Minipack komme ich da oben, definitiv nicht weit. Ah, scheiße. Wir müssen weiter pushen. Wir sind weg. Gehen wir ernst. Wir hätten endlich weiter pushen. Pushen müssen. Was war los? Wenn du damit hinterherläufst. Oh Mann, du läufst doch nicht immer die ganze Zeit. Läuft den Leuten nicht immer hinterher, Mann. Guck, weiß was du davon hast, das hast du davon. Biot, Alter. Lila. Blau. Grün. Bum, bum 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 bum. Was haben die wieder aufgeholt? Wir waren jetzt zwei Liter im Vorsprung. Der ist ohne Problem wieder reingeholt. Der steh ich gleich ins Bett, ey. Buh, jetzt um die Krise. Ich muss den Taufe verteidigen, töten wir die Cores und dann gehe ich Pushe ich unten. Ich weiß noch, die haben uns überholt, clever. Da sind wir gleich auf, mit einem Kill und so. Junge, alter der Vulkaner. Ich würde unten pushen gehen, was mir greift, scheißegal hier. Jaja, ich gebe doch einen Keks, Junge. Oh, hat mich in den Weg gestellt, bringt ja nichts, ne. So, dass er vielleicht mich trifft. Ich habe dir nicht geholfen, tut mir leid. Komm mal, ich mache jetzt das hier unten. Wir sind gerade. Ist jetzt Kabel runtergefunden, irgendwie, keine Ahnung. Das wäre locker flogge ich jetzt gerade. Angriff ist der Sterne. Oh, wir sind besser aktuell. Ja, bei Clash of Clans Klang kriege. Ich bin gerade am Gucken. Ah, wofür ich alles Zeit habe nebenbei, ne. Echt krass. Sollte es ja schon verboten werden. Los, komm schon, Alter. Das Radleichter hoch, Junge. Das würde nicht funktionieren, habe ich gerade in der Mitte. Abkacken, ey. Und Fox bestimmt runter. In die Becken möchte ich mal wollen. Ich würde natürlich die Ulti an... Ach, nicht ziemlich die Ulti, aber... Eigentlich doch, die kommen jetzt runter. Es gibt leider nichts, womit ich irgendwas machen kann. Natürlich auch noch vorbei, Alter. Peinlich, Junge. Peinlich. Ich muss jetzt ein paar Truppen ausbilden, Alter. Wie nett das ist. So, Info. Perfekt geguckt. So, jetzt kann ich mich treffen. Ich habe ja 20 Sekunden, ne. 20 Sekunden weiß ich nicht, wie ich das schaffe jetzt. Ruhig sind jetzt die Sterne dann. Und dann... Es wird so schwer, Junge. Junge, Alter. Die waren die ganze Zeit so gut, das Team, heiße. Da sind die extrem nach. Ich habe keine Ahnung, was da los ist. Warum lassen die so nach? Ich habe keine Ahnung, was da los ist. Ich habe einen Tänke. Ich habe einen Tänke. Ich habe einen Tänke. Ich bin nicht bereit, ich bin frei. Das war bestimmt ich. Ich habe eine Ulti das nicht einiges mal angewendet, ne? Komm hier, was soll's. So, mir ist da noch ein Kill mitgerissen. Ob ich nicht weiß ob es meine war. Komm, jetzt machen wir mal ein bisschen Druck hier. Das ATQ hier. Alter, wie schnell hat der Niedereskala runter? Das ist noch nicht für einen Schaden. Uuuuuh. Alter, das ging ja gerade übertrieben schnell. Weil sie so viel Schaden machen. Hätte ich das nicht gedacht. So. Einmal kurz überlegen. Ein Clanbock, die Truppen rauslocken. Komm, ich mache jetzt nebenbei mal einen Clan-Kriegangriff. Bei Clash of Clans. Truppen rauslocken. Truppen alle töten. Überlege ich gerade davon, wo ich angreifen soll. Von der Seite hier oben. Die Riesen schick ich los. So, dann Mauerbrecher, Mauerbrecher, Mauerbrecher. Ja, Mauerbrecher haben gerade nicht so viel gebracht. Mauerbrecher, Mauerbrecher. Bogenschützen, 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 Bogenschützen. Überall Bogenschützen, überall Bogenschützen, überall Bogenschützen. 50% haben wir schon, 60% haben wir schon. Das ist ein eh extrem leichter Gegner, von daher kann es mir egal sein. Mir geht es gerade nur um die Sterne. Dann werden wir den Clan-Krieg gewinnen. Irgendwer war ein König. Ach komm, legst du deine Fähigkeit ein. Dann hat sich die Sache. Braucht nur einen Hals, aber. Wollte ich einen Rock gebraucht, hätte es die Frage, ne? 3, 4, 8. Ja, ich bin zufrieden, muss ich sagen. So, das war's dann und wir sehen uns dann im nächsten Match. Ihr gewonnen, bei Clash of Clans gewonnen. Ich freu mich. Bis dann, zum nächsten Mal, schaut was euch gefallen. Ciao.